Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video. Ich habe im Bilderbuch-Video erwähnt, dass es noch eine zweite Disney-Serie gibt, die wir gerade total begeistert gucken und jeder neuen Folge entgegenfiebern. Und dann wollte ich euch in diesem Video mal diese Folge, diese Serie, vorstellen. Nein, das handelt sich um Doc McStuffins. Weiß nicht, ob es euch in dem Begriff ist, diese Serie. Wir lieben diese Serie. Es geht um dieses kleine Mädchen. Das kleine Mädchen heißt Doc McStuffins. Ich weiß gar nicht, wie er ein richtiger Vorname ist, da alle immer nur Doc zu ihr sagen. Sie ist eigentlich ein ganz normales Mädchen, aber sie hat ein Schytoskop, das magische Kräfte hat und ihre Kuscheltiere zum Leben erweckt. Und diese Kuscheltiere haben immer kleine Wehwehchen. Entweder ist sie Naht aufgegangen oder sie haben sich das Bein gebrochen oder sie haben Mundgeruch oder sonst irgendwas. Und sie ist halt die Ärztin der Kuscheltiere und sie hat eine kleine Praxis, also ein kleines Plastikhäuschen draußen im Garten. Das ist ihre Praxis. Und dort behandelt sie halt die Tiere. Und es ist wirklich eine super liebevolle Geschichte und gleichzeitig eine sehr lehrreiche Geschichte für Kinder, weil es einfach den Kindern das Gesundheitswesen so ein bisschen näher bringt. Also wenn die halt eine Naht haben, dann wird halt einem erzählt, wie man halt eine Narbe mit Nadel und Faden halt, also mit Nähen kann halt im Krankenhaus. Wenn sie Mundgeruch haben, dann wird halt die Zähnchen geputzt. Und wenn man halt erkältet ist und Bakterien mit der Hand verteilt, dann muss man halt die Hände waschen. Also solche Sachen werden dann halt super liebevoll in diesen Geschichten verpackt und halt den Kindern näher erläutert. Das nimmt den Kindern so ein bisschen die Angst vor ihrem eigenen Körper, aber auch vor Arztbesuchen oder vor irgendwelchen Behandlungen. Also ich finde es halt wirklich super gut erklärt. Hauptprotagonisten sind halt, also die Hauptprotagonisten sind halt die Doc, die Hallie, das ist die krankere Schwester, die Lemmy, das ist das Lämmchen, das immer halt alle umarmen möchte, der Chili, der ein kleiner Hippochonda ist, der immer Wehwehchen hat und glaubt immer, er muss gleich sofort sterben und Safi, der Drache, der eigentlich vor allem Angst hat. Und alles dreht sich halt rund um diese Hauptprotagonisten, aber in jeder Folge der Serie kommt halt eine andere Person dran, die ein Wehwehchen hat. Und es ist so eine super süße, liebevoll gestaltende Serie. Es ist ein bisschen, finde ich, so ein bisschen nach Animistal, mit einem großen Kopf und großen, coolen Augen gemacht. Aber es ist halt eine Disney-Serie. Und auf dem Disney-Channel in Amerika läuft es noch. Bei uns lief es mal, ich weiß aber gar nicht, ob es jetzt noch immer auf Disney-Channel läuft, das kann ich euch jetzt nicht so sagen. Mittlerweile gibt es sieben Volumes von dieser Serie. Auf jeder DVD sind so ungefähr zehn Folgen oder so. Teilweise auch mehr, teilweise weniger. Ich habe mir jetzt so eine Box gekauft mit zwei, also Volume 1 und Volume 2 in einem, weil es halt günstiger war. Das hat so zehn Euro gekostet, statt acht oder neun Euro pro DVD. Das war natürlich profitabler, deswegen habe ich die gekauft. Und die da hat einen Untertitel. Also die erste heißt, lass dich untersuchen. Die zweite heißt, Freundschaft ist die beste Medizin. Dann gibt es die dritte, Umarmung geht um die Welt. In der vierten gibt es dann die mobile Praxis. Das ist, die doch bekommt halt so ein kleines Wegelchen, in dem sie dann halt ihre ganzen Instrumente mitnehmen kann. Angehäftet an einem Fahrrad. Kann sie die Tiere auch draußen irgendwo am Spielplatz oder sonst irgendwo untersuchen. Kann man auch als mobile Praxis auch so kaufen. Gibt es allerdings nur in Amerika und in England. Und wir haben es unseren Kindern geschenkt und es ist ein absolutes Highlight. Also sie sind verrückt nach dieser mobilen Praxis. Sie tun da immer ihre Spielzeuginstrumente rein. Und ja, also sie sind ganz begeistert davon. Dann ist Vol. 5 Hilfe für jedes Wehwehchen. Vol. 6 ist Knuddelstunde mit Lemmy. Und Vol. 7 ist das dann Neues. Die normale Praxis bekommt Zuwachs praktisch. Sie wird damit angebaut. Und es gibt jetzt eine, die Tierärztin Dog. Also sie kann jetzt nicht nur die Kuscheltiere allgemein behandeln, sondern eben auch die Kuscheltiere, die Tiere ausschließlich, wie Hunde, Katzen und so weiter, die sich nicht äußern können, weil die anderen können alle sprechen, wenn sie verzaubert sind. Niemand außer Dog kann diese Tiere natürlich sprechen hören. Und es soll ja auch niemand sprechen hören, weil sonst würden sich ja alle wundern. Das Einzige, was mich so ein bisschen an der Serie stört, ist, dass man halt nicht weiß, woher sie dieses Stethoskop hat. Das hat sie halt ab der ersten Folge hat, dieses Stethoskop. Und es wird auch nie erwähnt, woher sie das hat. Das finde ich ein bisschen schade, weil mich jetzt persönlich als Erwachsener, ich meine, Kinder stellen sich wahrscheinlich die Frage gar nicht. Aber mich als Erwachsener würde jetzt wirklich interessieren, woher sie dieses Stethoskop hat. Aber erstmal so hingestellt. Für die Buchliebhaber gibt es natürlich auch Bücher zu der Serie. Und zwar gibt es zwei Bücher in Deutsch. Die kosten jeweils 8,99 Euro und sind mit jeweils zwei Geschichten drin. Also es sind immer nur zwei und zwei Geschichten. Also es sind vier Geschichten, die auf Deutsch erschienen. Es gibt im Englischen eine Unmenge an Geschichten, die leider alle nicht übersetzt sind. Ich hoffe, dass noch mehr davon übersetzt wird, weil ich das Gefühl habe, dass die Serie jetzt erst so richtig bei uns entkommen ist. Und dass wir vielleicht nochmal vorlieb haben, vorlieb, ne vorlieb haben, das war falsch ausgedrückt, nochmal das Glück haben, dass nochmal die Geschichten aufgelegt werden, weil es wäre echt schade, dass man nicht noch weitere Geschichten lesen kann. Aber wie gesagt, die zwei Bände gibt es auf jeden Fall. Es gibt auch für Kinder, die halt wirklich Interesse daran haben, gibt es nochmal das Buch die Wehwehchen. Das führt halt die Doc auch in der Serie, in der sie halt immer aufschreibt, was für Wehwehchen die halt die einzelnen Patienten hatten. Das kann man halt praktisch hier vorne mit Namen versehen und mit einem Foto. Und jetzt finde ich die Seite nicht. So, also hier kann man es praktisch personalisieren. Und dann hat man halt selber so ein Buch-Dwehwehchen zu Hause. Das finde ich auch ganz toll gemacht für Kinder, die halt so richtig da sich da reinsteigern, wie unsere zum Beispiel, die halt schon so ein Arztkittel gewünscht haben und einen Arztkoffer mit allem drum und dran und wirklich tatsächlich zusammen halt Arzt spielen. Und dann gibt es halt noch so kleine Heftchen für jeweils 5 Euro, Buchstaben und Zahlen lernen. Also das ist jetzt Buchstaben lernen, es gibt noch Zahlen lernen, es gibt auch noch ein Malbuch, das halt eine Geschichte hat. Also man kann es praktisch lesen wie ein Bilderbuch und die Kinder dürfen halt die Bilder dann ausmalen. Also es ist halt wirklich sehr, sehr liebevoll gemacht. Es gibt noch für die Zeitschriftenleser gibt es auch noch so kleine Heftchen, so Zeitschriftenheftchen, die gibt es halt immer mit so Beilage. Hier war jetzt eine kleine Figur und eine Tierwaage drin, also angespielt auf die Tierärztinnen, die jetzt gerade die neuesten Folgen sind. Gibt nur zwei im Deutschen, von daher denke ich, dass da vielleicht noch weitere kommen werden. Kommen aber sehr unregelmäßig. Also ich habe halt ewig gelang gewartet auf den zweiten Teil, das ist jetzt halt die aktuellste Ausgabe und darauf hat man echt lange gewartet, zwischen den ersten und jetzt der zweiten. Aber die Kinder freuen sich trotzdem jedes Mal, wenn sie so eine Zeitschrift auspacken können. Und für die, die Englisch halt sehr mächtig sind, beziehungsweise die halt nicht davor abschrecken, dass sie vielleicht nicht unbedingt Englisch können, aber trotzdem halt ein bisschen größere Auswahl haben möchten, gibt es halt diese Little First Look and Find. Und davon gibt es in Deutschen, soweit ich weiß, die Unsichtbaren, Cars und der Disney-Prinzessinnen. Das gibt es leider nur auf Englisch, das Doc McStuffins, aber das tut ihm ja keinen Abbruch, weil der Text ist halt nur ganz kurz. Also wir haben es jetzt simultan einfach übersetzt für die Kinder beim Lesen. Eigentlich geht es ja hauptsächlich darum, dass man halt die Gegenstände hier in dem Buch findet. Natürlich ist es jetzt ein kleines Büchlein mit nur ein paar Seiten, das schaut man ganz schnell durch, aber bei unseren Kindern war das jetzt so, dass sie halt nach der Weile am Anfang immer gesagt haben, da, da, da. Nach der Weile steigerte sich das halt in der Sprache und dann sagten sie nicht mehr da, 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 sondern sagten sie, hat Lemmy immer in der Hand oder guck mal, das hat der Staffie in der Hand oder das liegt bei der Doc im Kittel drin. Also es wurde halt eben so der Sprachschatz erweitert durch diese Wimmelbücher allgemein. Und bei unseren Kindern fing es so kurz vor dem dritten Geburtstag an, dass sie halt so super toll das halt finden. Und weil es halt eben nicht im Deutschen gibt, habe ich sie mir halt in Englisch gekauft. Aber wie gesagt, das Englisch da drin ist halt super einfach, weil es halt für Kinder ist und kann man ganz, ganz leicht simultan übersetzen. Das ist wirklich überhaupt kein Problem. Also da braucht ihr euch nicht davor zu scheuen. Andere Geschichten gibt es en masse. Es gibt eine Wintergeschichte, es gibt eine Weihnachtsgeschichte, es gibt alle Geschichten, die es halt praktisch als Videofilm gibt, gibt es alles auch Buch, aber leider halt nur im Englischen. Das ist dann halt komplett in Englisch. Da würde ich halt empfehlen, wenn man halt in der englischen Sprache mächtig ist, greift drauf zu. Für uns ist das halt nichts, weil unsere Kinder halt kein Englisch können. Aber es gibt ja noch genug andere Sachen mit diesem Bereich. Es gibt ja an Margin-Dise-Artikel kann man sich damit echt zumüllen. Da muss man halt vorsichtig sein, dass die Kinder ja nicht alles mitbekommen. Wir haben auch so eine große Disney, also Doc McStuffins Figur, die halt singen kann und halt das Anfangslied singt und halt die anderen Lieder singt und dann sagt sie, lass dich untersuchen. Und ja, also es gibt en masse an Margin-Dise-Artikel, also da geht einem nicht der, die Geburtstagsgeschenke aus, wenn man die Serie guckt. Aber warum ich sie euch eigentlich vorstellen wollte, ist, weil ich einfach finde, dass diese Serie wirklich viel, viel mehr Aufmerksamkeit verdient, weil es wirklich eine sehr innovative Geschichte ist, dass halt wirklich das Gesundheitswesen und dieses Prozess halt einfach die Kinder auf ihren Körper hören lassen, halt wunderschön kindgerecht verpackt ist. Also sie lernen dadurch, wie wichtig es ist, zu hören, wenn man irgendwo Aua hat, um das nicht zu unterdrücken, zu Zähne zu putzen, wie wichtig das ist, wie wichtig es ist, viel zu trinken im Sommer, wie wichtig es ist, sich aber auch im Winter dick anzuziehen. Also alles, wirklich alles, so ein Thema ist da wunderbar in dieser Geschichte verpackt und von daher wirklich empfehlenswert. Schaut euch die Serie mal an, wenn ihr Kinder in diesem Alter habt. Freunde von uns haben wie gesagt schon eine 6-Jährige, die auch toll findet, also von daher ist es auch für etwas größere Kinder was. Wirklich eine empfehlenswerte. Disney, das hat es so gut gemacht. Tschüss, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Tschüss.